Der Lifestyle-Tipp, meine Damen, wird euch gefallen. Ich zeige euch, wie ganz simple Kleider mit den richtigen Accessoires ganz anders aussehen können. Richtig schöne Sommer-Outfits kreieren. Ich liebe das Kleidchen von Sadiq Voltaire. Ich habe das letzte Jahr gekauft und würde es aber gerne ein bisschen mehr aufmotzen. Und für das mache ich es mit den richtigen Accessoires. Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich starte immer von unten auf. Und zwar bei den Schuhen. Dann geht es rüber. Meistens nehme ich dann den Schmuck. Und dann nehme ich für die Schultern etwas. Also immer muss etwas da sein. Man weiss ja nie mit einer Aircondition oder Windeln am Abend. Und am Schluss natürlich das Täschchen, das das ganze tut etwas aufnimmt. Es sieht doch wunderbar und frisch aus. Es nimmt nicht viel Platz weg im Koffer. Und doch ist es eine sehr dekorative Angelegenheit. Also Kettchen, man kann nicht genug haben. Und natürlich Pareo Sarongs oder Longis. Also von denen kannst du tonneweise mitnehmen. Die nehmen nicht viel Platz weg. Und auch diese flachen Täschchen. Ich finde, das macht es aus. Ich finde, das passt wunderbar. Fussschmuck ist etwas, was man gerne vergessen tut. Oder man ist Fussschmuckfern. Da hat man immer einen Ring am Fuss. Ich berücksichtige das nie. Aber mit denen, muss ich sagen, das macht wahnsinnig viel aus. Es gibt genau den letzten Kick. Und ich finde, das tut den Fuss recht schön zieren. Mein kleiner, schwarzer, Little Black Overall ist immer dabei. Schön aus Baumwolle. Den kann ich auch auf den Abend anlegen. Oder einfach auf einer Shoppingtour. Jetzt habe ich es für eine Shoppingtour kombiniert. Mit lustigen Schülern. Und dazu auch die passende Tasche. Und ich setze gerne Akzente, was die Farbe betrifft. Und da habe ich gefunden, dass Orange passt einfach Tiersinnig. Ich bin sowieso ein Orange-Fan. Und ich finde, die Kontraste sind wunderbar. Und was aber ganz lustig ist, ist etwas, was ich immer Neusel in diesen Taschen nenne. Und das sind meine Schlüssel. Und für das hat Linda Hering ganz tolle Schlüsselanhänger gemacht. Damit ich auch die Schlüssel immer wieder finde. Das kannst du wirklich so wunderbare Taschen nicht tun. Und somit immer den Weg nach Hause finden. Oder ins Hotel. Ja, meine Shoppingtour ist immer eine Wundertüte. Da hat es jene Sachen drin. Und vor allem aber, wenn ich in den Ferien gehe, habe ich immer Tücher dabei. Weil wenn ich irgendwo in ein Lebensmittelgeschäft gehe, egal ob in Südfrankreich oder in Amerika, du unterkühlst. Spätestens wenn du den Fromage kaufen willst. Und für das habe ich immer Tücher dabei. Natürlich auch für den Strand für ums Viertel. Aber die sind wunderbar. Und die haben ja verschiedene Namen. In Indonesien werden Sarong genannt. Oder sie werden auch Pareo oder Longi in Indien genannt. Eigentlich geht es darum. Es sind Tücher, die du ums Viertel binden. Oder eben auch an den Schultern. Eigentlich ein herbe Kleidungsstück. In den indonesischen Ländern. Und ich brauche es für alles. Und es ist immer mit dabei. Und es kann nicht nur farbig sein. Wie man die wunderschöne Sarong sonst noch anlegen kann. Guten Trick zeige ich euch sofort. Aber für das muss ich schnell die Badewoser anlegen. Tschüss. Damit dein Sarong beim heissensten Tanzen nicht runter schliefert. Am Strand. Oder irgendwo am Abend. Gibt es einen ganz guten Trick. Und das ist nämlich ein Ring. Am einfachsten trage ich den Sarong länglich. Weil wenn ich den Querweg nehme. Da habe ich viel zu viel Stoff vorne dran. Also mache ich es lang. Es schwebt das über. Dass es nicht so lange ist. Und schaue mal, dass es stimmt mit den Füssen. Und dann nehme ich einen von meinen Ringen. Es könnte alles mögliche Farbe sein. Ich schaue immer, dass es etwas passt dazu. Aber ich finde es so ungefähr in dieser Art. Und dann nehme ich die zwei Teile zusammen vorne. Und lande den Ring durch. Sie ziehen das raus. Sie drehen. Sie drehen. Sie klemmern es so schnell hinein. Und tatsächlich fällt nichts weg. Also mit dem Druck vorne vom Ring. Ist noch dekorativ. Hält das tatsächlich. Und ich kann meine Oberweite so schwingen, wie ich will. Und es hält. Ich sehe es. Es geht eigentlich mit jedem Ring. Ich habe jetzt einen genommen, der passend geht zum schönen Sarong von der Linda Hering. Wenn ihr nichts habt, könnt ihr immer noch den E-Hering nehmen. Es funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe es, es gibt wahnsinnig viele schöne Kombinationen von Farben. Bei der Linda Hering findet man wirklich für jeden Geschmack etwas. Egal in welchem Druck oder in welcher Farbe. Und das nicht nur bei den Sarong, sondern auch bei den Täschern. Bei den Ketten. Ich glaube, das liegt kein Wunsch offen. Für jede Frau hat das Richtige dabei. Leichte Kimono. Mein Begleiter in der Sommerzeit. Finde ich irrsinnig schön. Du kannst überall lagen. An den Strand. An die Bar. Machst immer eine gute Falle damit. Auch traumhaft in diesen schönen Pfirsichtönen. Hä? Lass es sich zeigen. Nebst den Kimonos gibt es auch schöne Strandkleidchen, die ihr bei der Linda Hering finden könnt. Ausser meine Kleider, meine eigenen Schuhe und meine alten Ringe. Könnt ihr alles unter www.lindahering.ch finden. Hat euch den Tipp gefallen? Was ich natürlich hoffe. Bitte ganz, ganz viele Like schicken. Und natürlich freue ich mich noch mehr über Abonnenten auf diese Seite. Und natürlich, wenn ihr weiter schauen wollt, auf die anderen. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. Erstens. Tod Years. Aufere Wges.